Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nr. 5 von Technical Acids, also Technische Säure, Hashtag 5 Das ist aber der zweite Teil, ne? Das Projekt hatten wir schon mal, das musst du dazu sagen Jetzt bin ich in deinem, weißt du, hier ist dein Kackgrundstück, hier kann ich nichts abbauen Vor allem, der ist halt neben einem Haus Ich stell dir woanders hin, okay? Guck mal, wo ich stehe, ich stehe hier Und mein Haus ist hier Das sind 5 Meter oder so Und ich brauch dringend Essen Da ist dein Cock-Junk Cock-Junk, alles klar Das ist die genaue Bezeichnung Ähm, wie viel kostet so ein Fischer denn? Ah, für den brauchte man ne Fishing Rod, scheiße Ich bin wie ihm Aber ich könnte, ich könnte mir machen, ich könnte mir machen, ich brauch Wolle dafür Die krieg ich Das hier krieg ich hin Iron Gears auch Tin und Glas vor, ja okay, das mach ich jetzt mal mit dem Fischer, dann krieg ich vielleicht Essen mal Was hast du denn heute so geplant In der Folge? Eigentlich ja gar nichts Ich ehrlich gesagt auch nicht Ich hab aber jetzt vor, mir einen Pulverizer zu bauen Ich habe ja schon so'n Pulverizer halt von Enderioden Ich baue mir jetzt so'n Fischer Und dann Äh Jetzt muss ich hier irgendwie an der Energiequelle schließen Wie bist du ein Enderium gekommen? Enderium? Mhm Hä, gar nicht Achso, ich hab grad aufs falsche Rezept gedrückt Ja, wir brauchen auch noch gar kein Enderium Hm, hab ich gemerkt Scheiße, dafür brauchen wir Ah ne, ich dachte grad scheiße, dafür brauchen wir ein Plastik Aber das ist ja ganz einfach ein Grabberrod Ich hab sieben Ferals, oh geil Mann, hier ist ja dein Chunk, hier kann ich ja nichts abbauen Toll, Alter Ich mach ihn weg, okay Oh Leute, ich glaub ich hab wieder den Trick gefunden Wie man Wie weit geht denn dein Kack-Junk? Ja, noch ein bisschen weiter Jetzt hab ich den Chunk ausgemacht Du läufst aber grad irgendwo In der Nähe von meinem Meine Turtle rum Ja, das ist nämlich mein Grundstück Ich setz die jetzt mal woanders hin Ich glaube vier brauchte man dafür Ja Das war grad ziemlich dumm, das Fels zu Machen Hm Warum? Weil ich mir grad einen Pulver-Riser mache Ja, hatte ich hier nicht noch irgendwo Wolle? Ja, Wolle Weil damit krieg ich jetzt Strings Dann kann ich Das machen Also, Tin Gear Und dann kann ich Das machen Dann brauchte ich das Ein Tin Gear Und Eisen Tin Habe ich Tin Tin Da rein Man braucht halt Eisen echt für jeden Scheiß Ja Ja Aber ich hab relativ viel Eisen Okay, Glas brauch ich jetzt Wir haben hier ne Wüste Daran wird's wahrscheinlich nicht mangeln Bei mir mangelt's grad eher an Kohle Ja, da hab ich noch ein bisschen Weil meine Scheiß Turtle grad nen ganzen Stack gefressen hat Ganzen Stack, warum hast du auch nen ganzen Stack reingetan? Keine Ahnung War so pumpt Die endlich anzumachen War das meine Turtle hier grade? Muss Meine ist in meinem Inventor Aus dem hat die doch deinen Namen Die schmeißt's hier aber ordentlich raus hier, ne? So Das geht Ich grass hier mal nebenbei alles ab Tun sie das Ich habe jetzt Hä? Achso, Eimer fehlen noch Rabior, nice Ich habe jetzt einen Fischer Ich glaube, ich mach mir so ne So ne Brotfarm mit Harvester Wenn's den hier gibt Ja, gibt es Ja, aber Ich hab's hier nicht so mit Mutz Ich habe Holzmangel Ich hoffe, man hört den Hintergrundzaun nicht Boah, Alter, der Toilz ab Kannst du übrigens merken, was hat der Hurensohn grad für ne Musik im Hintergrund? Äh, ich hab ne Playlist aus Spotify gefunden Wo ist es? Die von Patrick Ja, jetzt kannst du weiterreden Ne, meine Du darfst gerne reden Keine, aber Ja, solange ich's kann, ne? Ja, solange das kannst, kannst du ja mal machen, ne? Toll, jetzt muss ich da irgendwie Als ob der Fischer angeln braucht Haben die den geändert, dass man jetzt angeln in den Fischertouren muss? Dann musst du da schon immer ein Angel rein Nein, halt in den Ach nee, in den Fischereien? Ja Ne, das war noch nicht so Boah, bitte nicht Das Mod-Tück ist auch scheiße Nein, also das ist es nicht Ne, es geht eigentlich Ich muss da jetzt nur irgendwie Strom einbringen Es fehlen halt so Es fehlen halt so Mods wie Tinkers Construct Wo man dann denkt, ja, das fehlt ein bisschen Ich glaub, das verkraften wir schon Wo ist meine Turtle? Achso Die hat hier mal ein bisschen Spaß gehabt Kann ich natürlich verstehen Und Gravel runterfallen lassen Ne, die brauchen glaub... Ich geb dich selber ein, die ich mal hinterlässt Ich glaub, ich glaub, die Angel da drin kann man zum Verbessern benutzen So wie ich das grad verstehe Wenn ja, dann... Kann doch sein Aber er braucht halt übel viel Energie So am Anfang Mein Monitor ist dreckig toll Aber zieht irgendwie wenig Energie, hab ich so das Gefühl Ich guck mal gleich nach dem Solar-Panel Er nimmt echt nicht viel gebraucht Meine Turtle hat Diamanten freigelegt Freigelegt? Wie das klingt Ja, nur freigelegt Ich guck mal nach nem Solar-Panel, wie viel das kostet Elektro-Silicon Also das erste war glaub ich nicht so schlimm Das könnte gehen Aber dafür brauchen wir eine Säge, toll Das könnte ich machen, aber ich weiß nicht, wie viel das halt macht Ich find meine Turtle nicht, es ist nicht mehr Achso, ich bin in deinem Gagen jetzt Hier ist meine Turtle gewesen Das ist natürlich gut Hier liegt auf jeden Fall, hier liegt auf jeden Fall ne Menge Scheiße Überwiegend Steine Alles klar Doch, das Ding zieht extremst viel Energie Ah, ich hab mal Apfel bekommen Ich mach mal ne Eisen-Axt Ah ja, damit kann ich schon schnell abbauen Diese Aufnahme ist glaub extremst langweilig Weil du nicht reden kannst Weil du ein Opfer bist und ich hab keinen Bock zu reden mit dir, weißt du Ich will jetzt, dass du da Fischer vor Ich guck mir jetzt diesen Fischer an Und guck dem zu Bis er mir etwas fängt Und ich wette Dass das erste, was er fängt Zwar was relativ Gutes sein wird Oder auch nicht Aber es wird kein Fisch sein Es ist ein Fisch Ich bin dankbar Heftiger Scheiß Ich muss das jetzt mit irgendwas anheizen Machen wir mal zwei Holzstücke da rein Ja toll, äh Fisch, 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 fisch Oh Gott Was mach ich jetzt Warum steht das Schaf auf meinem Fischer drauf Meine Törtel hat meinen Gang nach oben weggebaut Ja, hat meine auch Aber den kannst du ja wieder dran bauen Ist ja schess egal So, ich hab jetzt von allem ein bisschen was, glaub ich Nur von Essen hab ich nichts mehr Ja, das farm ich jetzt mir Und ich werd mir Oh, ich weiß Ich baue jetzt ein bisschen Holz noch ab Wenn ich das gemacht habe Dann power ich damit die Nicht die Törtel Die Den Fischer Und dann mach ich mir so ein Solarpanel Was wahrscheinlich wenig macht Aber es sah relativ günstig aus Wie viel kommt da raus? Zwei EU Vier EU Also acht EF Hä? Kann es sein? Nein Sechzehn EF Keine Ahnung Was soll ich bauen? Ein Pulverizer 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 Denkt nach Also wenn ich das gerade richtig verstanden habe Macht zusammen Also Holz Mehr Energie insgesamt Oder genauso viel Ein Holzstück wie so ein Holzbaumstamm Und deswegen wird es ja mehr Sinn machen Wenn man einen ganzen Holz Das Ding macht so Hier macht man ein Stain Glas Dafür brauche ich Elektro Irgendwas Wie heißt das? Elektro Tine Elektro Tine Kann ich ja auch eine andere Säge benutzen? Ne, ich nehme einfach mal eine Dia-Säge 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boah, ich kann endlich rennen Das ist sehr angenehm Hä? Was ist denn? Hier hat man ein Stain Glas Äh, guck halt einfach nach Also mit der Chisel müsste es gehen So, dann Muss das in den Ofen Dann brauche ich dieses Elektro Irgendwas Das da Aus was mache ich jetzt am schnellsten Farbe? Ach, scheiße Aus Blumen Kommt auf die Farbe drauf an Hier irgendeine Tintenfische Ich habe jetzt auf jeden Fall Gelbe Farbe Oh, dafür brauche ich meinen Mh Wieso solltet ihr das gerade nicht machen? Noi Bitch, ich bin gerade irgendwie richtig behindert Ich weiß Oh, nee Ja, sorry, ich bin auf jeden Fall behindert Ich weiß Wieso, was hast du gemacht? Nee, ich habe bei dem Mesh & Tram Nice, ich habe einen Bowl und einen Pufferfisch bekommen Das ist auf jeden Fall Ernährung Ich habe bei dem Mesh & Tram das Eisen vergessen G, G Natürlich geht das mit normalem Glas Wieso auch nicht? Scheiße Hä, warum hättest du gedacht, dass das nicht mit normalem Glas geht? Weil es nicht geklappt hat Weil ich das komische Eisen vergessen habe Oh, du bist so blöd Ich habe schon zwei Copper Gears irgendwo Nee, ich habe nur eins Weiße Copper So Die muss ich jetzt schmelzen Oh, hier habe ich Copper Aber ich hoffe, ich kriege anständig mal einen Fisch hier raus Nice Ich habe einen Fisch rausbekommen Ja Toll Ich hoffe einfach, dass dieses Solar Panel da Dieses von Project Red Expansion Gar nicht mal so scheiße ist Wahrscheinlich funktioniert es nicht Wenn man das für irgendwas anderes braucht Oder so einen Kack Nee, ich kann es nur auf Flimfern verzaubern Nice, ich habe schon 16 Flims, muss ich nicht mehr suchen Hä, wie kriege ich die jetzt zu einem Oh nein, Alter Redstone Exception Kyle Das Blöde Gear Ah, oh, ich dachte schon, Alter Gut, dann geht das so Dann da rein Den Fisch essen Dann müsste da jetzt so ein Barren rauskommen Genau Und dann habe ich einen Solar Panel Boah, wenn das jetzt funktioniert, ne Ah, nee, das mache ich hier drauf Cleanstone 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 Holz Redstone Das sieht mir nicht so aus Als würde das funktionieren Hä? Warum geht das nicht? Ich bin gerade so dumm, um einen Pisten zu bauen Ach, Cobblestone Ich habe mir so ein komisches Solar Panel gecraftet Aber Das nicht funktioniert Ich habe das so platziert und es funktioniert einfach nicht So ungefähr, ja, juckt mich nicht Will nicht funktionieren So, jetzt Polarizer Vielleicht, weil die Sonne untergeht Ich warte einfach mal Das dürfte eigentlich nicht daran liegen Hä? Warum geht das nicht? Ich frage mich, wie das geht Weil das ist einfach nur so ein Solar Panel Und man kann es auf jeden Fall nicht weiter craften Aber Es wird einfach auch nicht gesagt Wie man daraus irgendwas macht Vielleicht braucht man dafür so ne dumme Batterie Damit man die dann rechts klickt Dann wird die dann aufgeladen Oder so ne Scheiße Oh nein, da kann man sich ein Jetpack machen Mit Triebox Ich schmeiße jetzt mal alle Erze rein Die ich so habe Ich gehe jetzt mal pennen Vielleicht lag es nämlich daran Dass man keine Gelurium kann man nicht crushen, ne? Gelurium Doch Ne, auf jeden Fall nicht Doch Ich meine schon Crushen Also Ich weiß es nicht Wie das mit dem anderen funktioniert Aber ich glaube Ich regeneriere jetzt Das erste Mal wieder Leben Weil ich Volle Hungerbehalten habe Ich brauche irgendein Kabel Kabel Wird jetzt glaube ich schwer, oder? Irgendwas mit Ende I.O Ja, die Kabel waren am besten, meine ich Aber ich gucke mal Was gibt es denn? Hä? Gibt es hier RedNet Cable? Ja Ja Aber die waren doof Äh, wie hießen die von Ende I.O Ende I.O Wie hießen die? Conduits, genau Die sind doch Arschfeuer, oder? Die Conduits Nee, die normalen Gegend noch Ah, davon reicht es in anderen Zornen Hä, warum will das da nicht rein mit der Energie? Ja, den Binder, den hat man noch nicht Cool, Sand, Gravel Sand, Gravel, Clay Hätte ich eigentlich alles Ja, toll, bei mir Äh, wir sind fast am Ende wieder, ne? Ja Rövel Sand Das will ich jetzt noch kurz machen Ja, ich will jetzt auch noch eben Hier da was reintun Und hoffen, dass ich leider nicht was rauskriege Schon wieder ein Puffer, so verstehe ich nicht Ich frag mich, warum das nicht geht Das will hier keine Energie reintun Das stört mich gerade ein bisschen Na ja Wie dem auch sei Hä, aber woran könnte das liegen? Warte, Project irgendwas Hieß das Was könnte denn? Ja, geil, da braucht man einen Aloysmelder für Hab ich voll verpeilt Ja, den muss ich noch craften, dann mach ich das nächstes Mal Ja gut, Leute Dann war's das mit der Folge Weil er uns auch gefeiert wird, würde ich mich natürlich immer noch umfragen Ich natürlich, überhaupt nicht Sieht man sich Nächstes Mal Wieder Auf Wiedersehen Tschüss Auf Wiedersehen